Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, am kommenden Sonntag wird gewählt. Für die Republik Österreich eine Richtungsentscheidung. Aber natürlich auch für unser Land. Wir brauchen gute Ansprechpartner in Wien. Vorarlberg hat Interessen, die müssen durchgesetzt werden. Mit Sebastian Kurz habe ich gute Erfahrungen gemacht. Er hat die Republik geführt. Er ist für mich der richtige Mann an der Spitze. Ich glaube, die Entscheidung muss in diese Richtung gehen. Ich bitte Sie um Unterstützung. Gehen Sie hin zu den Wahlen. Eine Stimme für Sebastian Kurz, eine Stimme für unsere Kandidaten aus Vorarlberg, eine Stimme für die österreichische Volkspartei.